TV Straßensound Yo, willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zu TV Straßensound Heute vom Videodreh mit DMX Das ZEK Plus Team und das Street Cinema Team haben uns eingeladen zum Videodreh Wir haben ein Interview geführt oder einige kurze Interviews mit DMX Ein Making-of gedreht, wir haben den Farid Bengner getroffen Hammert für 5 war auch am Start Checkt die Sachen aus TV Straßensound Jetzt geht's los Yo, willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zu TV Straßensound Welcome ladies and gentlemen to TV Street Sound DMX, the Rap Legend is here Ich weiß nicht was er vorher gesagt hat, aber ich bin hier DMX, du bist auf der Mad Productions Tour in Europa Wie fühlst du die Leute in Europa? Ich liebe die Leute in Europa Die sind reale Fans reale Hip-Hop Fans Ich apprecie das Und das ist der Grund Und das ist der Grund Und das ist der Grund, warum ich rappe Das ist für die Appreciation von realen Fans Ich mag sie, ich liebe sie Ich bin dankbar für sie Und ich mache das Ich mache das, was ich gemacht habe In Deutschland oder in Europa Du bist sehr bekannt für Songs wie Raphael's Anthem, Weatherhood X Gonna Give It To You Party Up Welche ist dein Lieblingssong? Ich habe keine Stabilität Ich habe eine Stabilität Ich habe eine Stabilität Die will sich mit dem Motto oder mit dem Motto Und ich werde diese Stabilität mit dem Motto Und ich werde diese Stabilität mit dem Motto Und welche Stabilität wir heute Wir haben ein Video gemacht? Welche Stabilität war es? Wann hast du es gespielt? Ich habe es gespielt Ich habe es nicht vor lange zu machen Es ist noch niemals từminm filmen Ich habe es gesehen, ich habe nie Ich mache es noch, denn ich habe es Ich brauche das Material zu entwickeln Ich Monetarische Euer Serv Infinity Ich luckiere es, ich lebte ein Leben Und ich möchte es Ich liebe das 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 Ich liebe es Ich bin nicht gleiche Du Wollt's Wollte denn Er kennt Klapp. Kann ich den Streicheln? Warum so schreitst du? Was ist das? Ja, voll schlechte Haltung. Willst du schon mal so größer? Ich höre ein Auto. Ist das normal? Nein, aus! Aus! Hört ihr auf mich? Wir müssen sehen, wie es in front of the screws sieht. Es ist grün. Wir müssen sehen, wie es in front of the... Auf! Anaheim! 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 Das ist ein Idiot. Ach, hast du das? Das ist ein Idiot. Was ist das? Ja, der kommt nicht durch. Ja, der kommt nicht durch. Ja? Geil, boah. Oh, oh, oh! Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Schiebe mal mit dir. Schau rein. Pass mal auf. Handtanker. Pass auf, stopp, stopp, stopp. Ein bisschen noch, ein bisschen. Der muss jetzt noch einschlagen, der wird weggehen. Nur derer muss. Schachtdäck, schachtdäck, schachtdäck. Schachtdäck, schachtdäck. Ja, wo die Schong. Doch, schiebe mal mit dir. Warte, 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 warte. Lass, lass. Ja, schau rein. Jetzt schlag ein, jetzt schlag ein. Jawohl. Ja, weiter, weiter. So, jetzt da. Also, so nah wie es geht. So, jetzt da. Also, so nah wie es geht. So, hier so. So genau wie du schließt. So, hier so. So, hier so. So, hier. So, hier so weit. Ernsthaft? Ja. So, hier so. So, hier so. So, hier so. Aber ich kenne da noch einen anderen, der auf Deutschland auch so ein... Was auch, das wird aufgenommen. Aber auch nicht so schlimm, auch nicht so schlimm. Da hab ich wieder was angekommen. Ja! 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 Ja, Jeff. Ja, Jeff. Ja, Jeff. Du kannst es machen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tick-dunk, tick-dunk. Tick-dunk, tick-dunk. Oh, shit! Don't pick me up! Tick-dunk, tick-dunk. So, braw! Na, das ist! Na, das ist! Na, das ist! Ich mag es! Ich mag es! Ich mag es! Warm-up für dich. Ja! Stretch! Stretch! Und Box! Und Box! Oh! Sie baut mich unter den Pass. Die dobsche, die da rein! 5, 2, 1, 1! Ich mag es! Wir nehmen das, wir nehmen das! Dann machen wir das! Dann machen wir das! All right! Was ist das? 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 Hotman gegen DMX! M&A! Ich bin nicht wie du! Oh! Oh! Das ist anders! Wo ist dein? Ich mag es! Nein, nein! Wir sind nicht wie die anderen! Nein! Nein! Der andere Ripper kann nicht wie du machen! Nein! 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 Oh nein! Komm zum Platz! Ja! 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 Der andere Ripper war. Wir sind nicht mehr. Keine, jetzt noch etwas. nope, Müll! Wir sind nicht mehr. Alles? Ich habe einen anderen Ripper gemacht. Wollen Sie mit mir anrufen? Wollen Sie mit mir sehen? Ja! Wollen Sie mit mir? Ja, wollen Sie mit mir? Wollen Sie mit mir? Wollen Sie mit mir was? Wollen Sie mit mir? Dürbü, Dürbü! Ich habe einen kleinen Bösen. Ich habe einen kleinen Bösen. Ich habe einen Bösen. Ich habe einen Bösen. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Du willst, dass andere Bösen zeigen? Bösen ist wichtiger. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du bist im MMA-Fett. Nein, ich würde. Ich arbeite. Ja? Ja. Meine Damen und Herren, Dx wird auch in der MMA starten. Und ich werde zumindest einen Bösen. Dx wird auch in der MMA starten. Ja? Für Krieg. Für Krieg. Ich bin Krieger. Er braucht nur einen deutschen Bösen. Du willst einen deutschen Bösen? Ja. So, was wir machen? Was wir machen? Wir müssen ein Blödlion fighten. Wir müssen ein Blödlion fighten. Wir müssen ein Blödlion fighten. Wir machen ein Blödlion fighten. Widers�. Andersson Silva mit den Dauern. Wir werden mehr Soldaten. Andersson Silva? Ja. Du trainMAN mit dem Nusserba? Ja. Ich train mit Abba Azaita. Du trainst mit Abba Azaita. Und dann unser'll trein mit Abba Azaita. Ja, wir müssen uns trainieren, dann können wir Sie werden. Wir haben einen Seper-Ain. Wir haben einen Seper-Ain. Ja, komm man. Wieder zusammen. Hier, auf und auf. Hier ist es ein, da. Hier ist es los. Hier ist es los. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich weiß es nicht wie du es. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wir sind nach mieux. Was ist das? Oh, ich habe noch mehr T-Shirts. Okay. Mr. D.R.D. Do you know some German rappers? Yes. Have you heard some of them? Two days ago you were on the Out of Fame Festival. Have you heard some German rappers? I don't understand anyone before. Everybody go on stage, I don't understand. Do you know the German rapper? Yes, we have a little interview. I don't know how to do an interview. Robert? Huh? What are you doing with it? How was Germany? Not Germany. We have very much love with you. I saw many interviews up to the past days. They were always too mean. No, no, in the interviews I saw on YouTube. The top ranked views, you know. Of course, because people like negative more than positive. The world likes negative more than positive. But I am only positive. Even my negative is positive. By the grace of God. By the grace of God. Because of God, my negatives become positive. Because of God. That's all it is, man. When God is for you, who can be against you? When God is for you, who can be against you? When God is for you, who can be against you? When God is for you, of course what? No, if God is on your side, nobody can touch you. It's like that. No weapon formed against me shall prosper. Where are you from? No weapon? Formed against me shall prosper. Okay. That's what I'm about. They don't say the weapon won't be made. They don't say the intention of the person making the weapon won't be to harm you. They won't say they won't try to harm you. All the things will happen, but it won't happen. It won't happen. It won't happen. All the things... Look at his brother, he's the world champion. Look at his brother, he's the world champion. His brother is like the world champion. Where? Here, look. Why he beat the guy like that? He owe money? He's bloody hell. He hate that nigga, son. Blood against king. What? Blood against king. That's how he's beating him up. That's how he's beating him up. He's gonna blood against king. Yell at him, dude. They don't make it hate each other. They hated each other. How they killed him? How they killed him? How they know that? Yeah, he said we hated each other. We was murdering each other. Oh, man. Wow. Motherfuckers. Fuck about bitch? I told you. I'm not beating him up. I ain't kidding about that bitch. The only thing with their gloves is not like the boxing gloves. When they hit you, they hit you off. Who's in gloves? Who's in gloves? Who's in gloves? Who's in gloves? Four, four pounds. Four pound, round pound, round pound, four pound, four pound. This is Hui-man-Machin-La-Rushka. The son of a bitch. Munchin-La-Rushka. Munchin-La-Rushka. Fuckin-Machin-La-Rushka. Do I have a mate with your waist? What? Do you have a mate with that thing on? The waist? How about every... My piece. Oh, okay. Right! Ha! Very important. He is, too. Yeah, yeah. Cauliflower is right. Cauliflower is right. That's how you know a nigga fight. I know. I know. I know. He's fucking him up. That's you? His brother. His brother. His brother. Is he mad at him? Is he mad at him? Is the guy trying to fuck his baby mother or something? He's like, fuck that's my baby mother. Look, look. Put your brother on the team, son. Before he fight, he takes steroids and then... Beat his dick one time. Right! That combo was crazy. What? What is brutal on Americans? Brutal. Brutal. He's one of the brutal twins. I like that. BT. Brutal twins. BT. BT what? BT. BT. Brutal twins. Get on that. Remember. Are you pooling that shit? Are you pooling stuff really? I want to be able to. Oh, nah. I don't put a 22. You know what I mean? We got another joint. I want to get another band. I don't know how much you want to pull it, man. 5,000. 2,500. That's the pooling shit. That's the pooling shit. Right. Even yours is a pooling joint. Not even if you put 22. Right. That's it. Are you a little bit smithy? Maybe. You're going to do all that work? My man, you know how it's going to look on 22s, my nigga? On 20s? That shit's already dropped. Beautiful, my nigga. You ain't going to see no hole. I'm wide. Yeah, of course. 20 and wide. Right. I don't know if I'm going to put 22s. What are these? That door cages? Dude, I need these. This would be perfect for dog cages. This ain't my dog cage. My dogs chew through all my children. Okay. Plastic, metal, chew dog. They can't chew. They ain't chew into this. They mix what you like more. Oh, humans. Dogs. Which is trustfuller? Dogs. We already know the answer. We already know the answer. Yes, of course, of course. Hey. Get it, get it, get it. Get it, get it, get it. Get it, get it, get it. Get it, get it. Get a picture. Yeah. Sorry, but... Mama, it's good. Come on. Get it, though. Hey, Mr. D-Mix. I talked to your manager. Do you know Farid Bang? It's a very famous German rapper. He. He's the famous German rapper. He's the most famous German rapper. He's the most famous German rapper. Yes, of course. What's the guy we're going to do? Yo, Stato. What do you do? Still two little bit under. What guy? The guy with the last one we was here? Nader. Shriner. 12. Farid. Farid Bang. From Morocco. Bang! Bang. Bang! 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 Do my motherfucking thing! Bang! Wir haben ein bisschen die Musik, bang, 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 cool. Demex, ich spreche mit deinem Manager. Wer ist dieser? Ottmann. Ich spreche mit ihm. Wir haben einen tollen Dienst. Wir müssen den Dings fahren wegen der WM. Wir müssen eigentlich anfangen. Der Friseur ist noch nicht hier. Können wir schon mal eins, zwei Szenen ohne Friseur machen? Okay. Vielleicht können wir jetzt ein Video ohne Berber machen. Er kommt jetzt, nur damit wir Sicherheit haben, weil wir Zeit fahren müssen. Nein. Ich würde mein Bruder sehen, egal. Andreas, hast du eine Haarschneidemaschine? Ja? Okay. Ey, lass doch Nassrassi geräumt. Ja, einfach. Wie machst du nicht? Oh, komm. Okay. Oh. Wahnsinn. Oh. Das ist alles. Kannst du nicht machen? Das ist alles. Ich mache es nicht. Vielleicht hast du jetzt mal den Dings? Nein, ich kann es ja nicht mal sprechen. Das war der,. Der Ottmann hat hier auch in der Dings. Nein, nein, ein Ausschlag, er hat recht. Er kriegt direkt einen Ausschlag. Er kriegt direkt einen Ausschlag. Er kriegt einen Ausschlag. Er kriegt einen Ausschlag, er kriegt einen Ausschlag. Er kriegt einen Ausschlag. Er kriegt einen Ausschlag, er kriegt einen Ausschlag. Er kriegt einen Ausschlag. Er kriegt einen Ausschlag. Er kriegt einen Ausschlag. Okay? Vielen Dank. Vielen Dank. High five. Okay, kann ich das? Ja, du hast mich. Du hast mich. Nein, warum? Ich schieße dir? Dann schaue ich ihn, dann... Okay, das ist okay. Ist es ein Braun? Ja, ja, ja. Dann... ... du siehst, dass deine Augen dort sind. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Du weißt? Okay, bereit? Okay. Ready, Alex? Ja, ja, all right. Okay, dann... Okay, Auton? Autos, wir wollen doch Autos machen. Autos, Autos. Ja, Autos, Autos. Autos, 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 Autos. Let me get that, let me get that. Ja? Oh, no. What? This is in the middle of mine. Ah, I understand. In the beginning and in the end. Right. Okay. No, but it's not, it's half of the last. No. But no, he put the hook in. Oh, hook? And then you're coming after work? But he's still the first verse. He got eight to 16. The first and the last. Right. The first verse and the last. The first verse and the last. And the hook? And the hook. 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 No problem. Just don't ask the hook. Just don't ask the hook. Right. But they want to do the hook too. Yeah. All right, that's what they want. They want to do the hook too. They want to do one. 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 A few seconds. And the hook. Like this. Oh. The hook. Haha. So it's like that, bro. There. Okay. How did we see? How do we see? We got the way to do it. Das war's für heute. Was bedeutet das? Stuhl, Stuhl. Wir haben es nicht. Bereit? Hast du jemanden geschlossen? Ja, wir werden es geschlossen. Ja, wir werden es geschlossen. Wir werden es geschlossen. Ja, ich verstehe es. Wir können es nicht geschlossen, ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht jumpen. Genau. Okay, ich kann die Nummern. Ich kann nicht schauen. Ok, 2 Minuten 4. Ja, 2 Minuten 4. Ja! Ok. Ok… Ok, ok. 209 und 342, okay? Okay. Okay. Let's do it. Team Limitasha? Ich will ein, wo ich die Richtung hinseue. Dein, wo ich die Richtung hinseue. Ein, wo ich die Richtung hinseue. Juste meine Beine. Ja, ja, ja. Und ein? Ein Close-up. Okay. Of your face. Of course. Of the LED, you know. Okay, okay, okay. We will take now close-ups of yours. Okay. So we got four more takes. Four more. Right. Two you want to have a full. Hey, Dimix, when do you record the track? Huh? When do you record it? I record it about a year ago. A year ago, okay. Yeah. I don't record because I'm alligated to an album. Okay. I record it because I'm inspired. Okay. By life. So, I have three albums with the music that nobody's heard. Man, pop in, pop in, pop in. And when will your next album come? When God says it's time. Okay. I'm learning to listen just to Him. I'm learning, you know, I'm training myself to listen to Him because I don't listen to anybody. I listen to me. Only to God. Okay. Now I listen only to Him. What was it since the track God gave me a sign? Lord gave me a sign. Lord gave me a sign. Lord gave me a sign. Let me know what's on your mind. What about it? What was it after that that you get more and more religious? I'm not religious, I'm spiritual. Okay. And, um, religion has to be a part of that. Um, you know, there's a song like that on every album. Okay. Every album. It's called a combo with the Lord. And, ready? We're ready. Okay, ready. Let's take it. Let's go back. Let's go back. Let's go away. Every album. Every one, it's just the first one. Every album. There's a song with God. There's a song with the devil and a prayer. Okay. Okay. We're ready. Okay, okay, I know. We're in glasses. We're ready. Next take. What are you doing now? With Demix's take? The video recording. Huh? In German, we all do it. Yeah, the next video recording is TV's Straßen Sound. Yup. What do you say? Okay, Spidi, do it. Das ist ein bisschen zu nahe. Ja, das ist perfekt. Ja, das ist perfekt. Ja, das ist besser. Ja, aber das ist besser. Ja, besser. Ja, besser. Okay. Money. Money. Ready? Ja, das ist ein bisschen. Okay. Ja, das ist der Fall. Ja, das ist der Fall. Ja, das ist der Fall. Das ist der Fall. Und das ist der Fall. Nein, der Fall. Der Fall ist der Fall. Okay, wir gucken Sie ja. Da ist der Fall für Sie. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Wir sind hier, wir sind hier. Da hängt schon, andere Seite. Schmidzi, bereit? T-Shirt? Ich hab den Klappen noch nicht an. Der bewegt sich ja. Ich hab den Klappen einfach nicht an. Hau mal ein T-Shirt. Schwenk doch dann aber als Fack ab zu halten. Der fehlt. Zwei Takes. Schwenk! 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 Willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zur TV-Straßensound. Heute vom Musikvideo-Dreh von DMX in Köln. Hamad ist hier. Was geht Hamad? Alles klar. Danke bei dir. Hamad, was machst du hier? Als allererstes, der wollte ein Feature mit mir haben. Ich hab abgesagt natürlich. Der hatte nicht genug Geld, mich zu bezahlen. Ich wollte 50ml für ein Feature. 75ml mit Video. Trotzdem, weil ich den schon seit 25 Jahren kenne. Wir sind miteinander aufgewachsen. Damals in der Bronx. Ich bin den kurz mal besuchen gekommen. Ich hab gedacht, du DMX, was geht ab bei dir? Ich bin auf jeden Fall hier. Wir sind hier am chillen auf jeden Fall. Der DMX dreht ein neues Video. Mit Zac Plus auf jeden Fall und für Cinema. Wir sind hier ein bisschen so die Lage abchecken, gucken, alter. Filmte mal so ein bisschen. Der ist voll Drubski. Der ist echt voll drauf, der. Aber seinen Job macht er gut. Seinen Job macht er gut, normal. Aber der ist ja auch schon, keine Ahnung, der ist von Rap der. Du hast recht, Alter. Also wenn er es jetzt nicht gut machen würde, dann wäre er nicht bis dahin gekommen. War dir Mix einer der Rapper, der dich inspiriert hat? Auf jeden Fall, Alter. Der war einer meiner Lieblingsrappers. DMX ist auf jeden Fall einer von den Top 3 Rappern von mir aus Amerika. Wer sind die anderen beiden? Tupac und Termine. Alles klar. Und wie ist es so im Live zu sehen? Weil er hat es ja wirklich ein bisschen verändert. Damals war ein bisschen breiter. Du weißt, wo das eine Rapper das Video… Ist schon so ein bisschen komisch, Alter. Ist in die Knochen gegangen? Ja, man, Alter. Graue Haare bekommen. Voll dünn, Alter. Weiß nicht. Vielleicht zu viel am Ballern, Alter. Weiß nicht. Na ja, schade. Aber der ist ja immer noch am Leben. Das ist ja das, was eigentlich zählt. Der ist bestimmt gesund am Leben. Wer weiß, wie lange. Aber, naja. Und wenn DMX in Deutschland ist, lassen wir uns da nicht lohnen. Dann kommen wir natürlich her. Wenn er hier schon Musik wieder dreht, ist das eine Gende. Wir hatten am gleichen Tag auftritt, aber ich bin abgehauen, Alter. Das habe ich mich nicht reinbezogen. Ich hatte keinen Bock mehr. Aber jetzt hier haben die mich angehofft und ich war sowieso in der Nähe. Bin ich vorbeigekommen, Alter. Alles klar. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich auch. Und bis zum nächsten Tape. Bis zum nächsten Tape, Bruder. Auf jeden Fall. Dann kommt das TV-Straßen-Interview. Teilen, liken, abonnieren. Teilen, liken, abonnieren. Ein, zwei, drei. Und wir kommen. Was ist das? Okay, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. It's his car, you know. Ah. Alright. Oh, you give it to me? You want it? One more take. One more take. The clothes, you know. Let's take really close. And then. That's all. Okay, man. Me and you. We make it slow. Make it slow. Let's take care of my hands. Alright. Last one. Last one. Last one. Because we have to. We have to keep music. Okay. Let's go. Okay. Come. Okay. Come. 뭘 be. Yes. Nein, Nein. That's good. Team. We have Can you follow me. Come out We have a info. Honu. Honu. Honu 45. Honu. Honu. Honu with a fish. Here we go. And his one left. His one left. Look at him. For the video just of you alone. One picture in front of the crown. Ich bin mit ihm, ich bin mit ihm. Abing. Die anderen, die ich gucke. Ich bin mit dem Gericht. Ich bin mit dem Toten. Wir machen uns mit dem Auto. Ja, ich bin mit dem Motorrad. Einmal jetzt. Steht hier. Bist du auf 100? Man, nicht mal Origina zu sein. Das ist das, das und das. Das ist das, das ist das. Okay, Schmidi. Okay. Beim Videodreh von DMX, natürlich, sehr professionell auf jeden Fall. Er lässt viel Zeit, aber in dem, was er macht, ist er sehr gut. Die Performance sind eingestribiert und Schmidi an der Cam. Okay. Everybody ready? Yeah. This game, this game. Let's go! Kamerats, running! This game! The rest? The more now the conversion! Untertitelung des ZDF, 2020